Bei AFG, jetzt ist Zeigspiel dran. Hinter, das fährt jetzt an Nini, aber der legt eine Runde zurück. Also das ist die Spitze, der orangefarbene Alpha des Euro-Alpha-Teams mit Michael Bampen aus dem Flettenberg im Sauerland. Er ist jetzt hier reinkommen zum Reifenwechsel. Damit fällt die Spitze nun an Nini, aber der war auch noch nicht an der Box. Guck mal, alles zu kommen. 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 Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.